hallo meine lieben zuschauer da draußen in der weiten welt nein spaß beiseite willkommen zurück hier bei der crew mit dem big mana hallo und dem ingo viva hallo und leute ich krieg gerade meine kamera mal so ein bisschen nach hinten ach jetzt geht sie wieder nach vorne richtig geile aussicht da möchte man urlaub machen aber richtig das stimmt was war mit dem bus us tours geile die spinn sowieso aber mal richtig fett genau fahren wir langsamer hin genau so dass wir den bus nicht berühren ja polizei rufen und jetzt geht es in die crew koop genau annehmen genau z für annehmen bei den videos bitte ruhig sein genau ja gut das ist jetzt kein richtiges gewinne das piston rennen und das hoffen wir mal gewinne das piston rennen oh big mana was mit ihr los alter wir sind doch wir sind doch dings hier gelände autos und machen wir fahren straße sehr schön ja damit gleich noch los glaube ich mir ja bestimmt heftig vor der kleine mini fucker der ist so übelst dass ich dich leute geländelig sei schon geländelig eine verniedlichung heute das wetter licht so schön licht ne genau sonnelig und warme licht Jруз 대 die kfz mechaniker werkstatt wieder viel zu tun ja es geht noch Das ist alles cool Alles cool, es wird schwieriger Es wird schwieriger Mini, Mini, Mini kommt Ja, Mini ist scheiße Ja, aber solange Big Mana Oh, ach du scheiße Solange Big Mana jetzt vorne bleibt Und keinen Scheiß baut, dann ist es ja natürlich noch okay Komm von links, komm von links Warte, warte, nein Eli, was macht der denn hier? Oh, Polizei Ja, ne, das sieht man aus wie Coast Guard Nein, Krankenwagen Alter, wer ist das denn? Ich komm von rechts Oh, ist es weiter, scheiße Nein Ah, bleib erster, bitte Das ist das Ziel, jetzt komm Mach bloß keinen Scheiß Komm, das schaffst du Ja, wir glauben an dich Wir glauben an dich Ja, ja Oh, du hast es geschafft Hast den Weg gefunden Ich auch noch Sehr schön Ja, ja, ja Sonnenlich, ne? Das ist jetzt halt das Problem Ich bin außen gestartet Ja, aber Ja, stimmt, du bist diese Ich bin eben gestartet Jetzt bin ich rausgeflogen Leute Das ist wieder so geil Aber das heißt, du musst wahrscheinlich das Rennen auch nochmal machen Nein, das Rennen hatte ich ja Ich bin ja nach dem Rennen jetzt rausgeflogen Okay Stufe 14, Gott sei Dank Dufe 16 Ja, das sind halt noch so die kleinen Kinderkrankheiten von der Crew Ja, das stimmt Fortfahren Ja, warte mal an dem Ich hoffe, das wird demnächst mal mit einem Patch beworben oder irgendwas Gleich das erste, genau das erste Ein paar Leute von mir versuchen den Dieb zu finden Ja, ich muss mich jetzt oder? Leiser kurz Also, sag Bescheid, wenn du irgendwas hörst Jut Äh, ja, wie gesagt, wir warten jetzt am besten hier auf der Piste Ja Auf Mordi und dann Ja, ich darf das Rennen nochmal machen Ach, geil Ja, willst du das alleine machen oder? Ja, ich mach das jetzt mal fix alleine Ich versuche mich mal da dran Stell dir mal vor, wir sind jetzt auf der Strecke hier und auf einmal sehen wir so Autos daherrasen Ach du Scheiße, mein Gott Weil der geil finde, ist der Schmutz am Auto, ey Oh, das ist schön gemacht Laterne Genau, ich gehe mit meiner Laterne Aber okay, das Video hat man ja schon gesehen wollen Mal, die reichen Häuser, ey Stell dir mal vor, du hast so ein Haus, ey Bär ein Hotel eigentlich, glaube ich Nein, we miss you on What the fuck Das müsste, das wäre geil, wenn Mordi uns jetzt geimpft Aber nee, er ist ja von der Karte weg, weil er gerade im Rennen drin ist Genau Aber wäre cool, wenn wir plötzlich einfach so mitfahren könnten Als, als Unbeteiligte So, jetzt komm zu Papa, du Renn Genau Genau Boah, Bus in Kurve Kommt, biegt gut Alter, hab ich auch nochmal Bronze verdient Ah, rucklau, 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 rucklau Hey, jetzt sollen wir hier warten Ja, wir warten auch hier Na, schauen wir mal Das nächste Rennen Ob das jetzt immer nur Gelände sind? Ich denke mal schon Bestimmt jetzt die ganze Zeit Gelände Und dann Irgendwann Kommt dann bestimmt da mal Bessere Gott sei Dank Eigentlich mal was, wo ich auch was zu melden habe Warum? Gelände kann ich ein bisschen besser als Straßenrennen Boot Wow Okay Komischerweise Manchmal Guck mal, dein Auto ist weiß und ist so sauber, ne? Ja, ich nehme mal Meister proper Oh, Spaß, der geht mit seiner Glatze Ich weiß nicht, wie man so auffällt, ne? Ha Ist, dass die Gegner, äh, in der Crew-Session härter sind als im Einzel Ja, müssen sie auch machen Das wäre auch unfair, doch Ja, ja Da ist das Ziel Mini-Traum Oh, nein, 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 nein Alter, ist nicht mehr, ne? Was denn? Die letzten Zentimeter, wir wollten es noch, der blöde Mini Oh Und nochmal Weil es so schön war Alle guten Dinge sind natürlich immer die drei Ja, manchmal bei mir auch vier oder fünf Also, wenn ihr euch wundert, bei mir, äh, dass ich ein bisschen mich komisch anhöre Vielleicht, weiß ich ja natürlich nicht Ich bin ein bisschen verschnupft, äh, wenn ich mal ab und zu meine Nase putzen sollte, ja Dann entschuldige ich mich dafür Aber, wie gesagt, ist es nicht extra Zum Beispiel jetzt Äh Tut mir leid Das geht gar nicht Was hab ich denn gemacht? Mein Spiel ist aus Alter, ich verstehe das bei euch nicht, ey Hä? Aber ich bin ganz raus, äh, egal Komm, ist ja eh Mordi noch am Rennen Genau Gut, dass ich gerade aufnehme Das war jetzt komisch, ey Hä? Du schaffst das Moment Wenn ich das geschafft habe Schafft er es recht Das stimmt, hat man beim letzten Mal schon gemerkt Hehehehe Und schön viel mit Nitro auf einen Ja, ich muss aber dazu sagen Das war auch ein Vorfälle von mir Weil ich bin ja ausgesehen in den scheiß Zaun gesprungen Und da hab ich so viel an Geschwindigkeit verloren Der ist heftig, ne? Dass so ein scheiß Zaun einen so Äh, ja Verlangsamt Echt komisch Was kommt da denn? Der Ruby Der steht jetzt gerade da Und guckt mich, glaube ich, an Da kommt er Mit seinem Geländeding Ich weiß, der steht da neben mir Lade Alter Ja, jetzt gleich komme ich Soll ich die mal so richtig von hinten weg Ja, der Arsch, der ist hier Du bist ja 180 Kilometer entfernt, Alter Was machst du denn? Ja Ja, du kannst eine Blitzreise machen Wenn er mal meine Karte freigeben würde, der Vogel So, Mädels Yes Und durch Ja, ich weiß, dass ich gerade fahre Ich bin denn gerade Mission erfüllt und gleich kommt ein Video Ein Video 16 Weiß ich Boah Hat mich weggerannt So, jetzt kommt eine kleine Videosequenz, denke ich mal Gleich, wenn ich meine Belohnung erhalten habe Differenzial Silber Mit Tempobonus Alter, der rampt mich Der rampt mich extra weg, der Typ Ja, weiß ich So, Motherfucker, ey So Boah, was machst du denn? Noch nicht mich? Wo ist der? So, jetzt kommt, glaube ich, ein kleines Video Ja So, bin durch Sehr schön Ubi hat sein Auto gewechselt Mo, die ist jetzt auch drei Kilometer weg Ja, er muss aber wieder zurückfahren Erst noch Oh, Lambo So, was müssen wir denn jetzt fahren? Alter, mach dir das extra Beim Rennen, ne? Ups, das war zu weit Bein gespollt Ach, da seid ihr Gut, machen wir Blitzreise Na komm, der Ubi legt sich mit uns an Aber richtig, Alter, ey Richtig, Alter Nur Spaß, der Die ganze Zeit am rammen Weißt du, wir wollen überhaupt gar nichts von dem Jetzt rammen wir ihn natürlich auch, ja Dann machen wir ihn fette, ey Ein Bandenkrieg Ein Bandenkrieg, genau Oh, die folgt dem So, lassen wir uns nicht gefallen hier, ey Fokus gegen Lamborghini Wer gewinnt Haut er jetzt ab, oder was? Ja, der haut ab Weil er merkt, drei Leute gingen ein, ey Haha, klein Pimmelkopf, ey Ist doch klar, dass er abhaut Weil, wo bleibst du denn? Ich hab grad, äh, mich in ein Auto gerammt Kennst du das, wenn ein Auto von vorne kommt? Ja, was ist dann? Ja, der rammt einen weg Ach, Alter Aber wir müssen sowieso hierher fahren, Mordi Wo wir jetzt, ich hab schon markiert Das ist, äh, zum nächsten Rennen Einfach folgen Äh, siehst du das denn eigentlich, wo ich markiert hab Oder immer noch nicht? Nein, ich seh's nicht Hä? Oder markier's dann selber Das eine obere Rennen Was jetzt oberhalb noch liegt Äh, meinst du, äh, das Heiße Jagd? Äh, warte Ich guck mal selber Ja, genau Richtig Ja, Börj, du auch? Nö, komischerweise Hey, wer ist denn eigentlich cool, Lieder? Ich Wieso seh ich das nicht mehr an? Äh, äh Oh, bist du cool, Lieder? Ne, ich Ja, Manners Lied Ja, stimmt Ja Habt ihr die Markierung drin? Ich hab's drin Oh Also auch meine? Nein Eigentlich, wenn ich, äh, ähm Jetzt bist du, äh, jetzt bist du kein Crew Leader, äh, mehr Warte mal, ich halt mal kurz an hier So Gucken wir noch mal kurz Jetzt bist du Glied Ich bin jetzt? Du hattest kurz das Zeichen darin dort Du hast jetzt den Stern Das müsste eigentlich Lied bedeuten Eigentlich schon, ne? Warte mal Vielleicht kann man ja einfach als Crew Leader Bestimmen, warte mal, so Warte mal, ich mach einfach mal Mordi Zack So, jetzt ist sich Mordis Linie Ja Jetzt lieg ich auch Okay Okay Oh, fuck, Alter Das will ich doch gar nicht Hast du's auch erwischt? Ja Oh, das ist so ein Dreck, ist das, ey Leg's nicht drauf an, junger Mann Junger Mann Junger Mann Der legt sich drauf an Ja, Silber Und was krieg ich? Fahre, Aufhängung Mit Beschleunigungsbonus Ausstatten Ist klar Das ist dann immer wieder so zurück noch, ey Das ist so scheiße, ja Bei mir auch gerade auch Ja, Ubi, ne? Pech gehabt Was denn? Wartet er da? Nö, ich glaub, der kommt aber immer näher bei uns Warte mal, ich seh den gar nicht Nee, jetzt geht er wieder weg Der ist hinter uns Ach, hinter uns? Ja, irgendwo 600 Meter hinter uns Der wartet So Oh, Entschuldigung Entschuldigung Aber 15 Kilometer noch Das mach ich jetzt eben Das gibt ja auch immer was Hier ansehen Nein Ah, das gibt sich Das gibt dir noch 5GP Ja Auf jeden Fall mitnehmen Ich guck mir zwar das Video nicht komplett an Aber so ein bisschen Auf jeden Fall Oh, schön, sehr schön Drei Master Wird jemand von euch von der Polizei verfolgt? Nee Ich auch nicht Ja, aber der Dings hier Der, äh, der Ruby Aber er ist nicht Mais gesucht Also hat er nichts Schlimmes angestellt Ich hab sowieso nicht gesehen Wer Mais gesucht ist Nee, ich glaube, da kam auch keine Meldung Naja Soll er sich mal ranstellen Mit seinem Möchtebären Möchtebären Lambo Ich hätte ihn beinahe gekriegt Nur das mit dem Fokus Weißt du Wir drei Rammen den weg Fährt er weg, ey Erst legt er sich mit Ingmar an Dann mit mir Und dann komme ich noch dazu Dann kommst du nur, oder? Genau, der Startse voll gehabt Oh, nein Das geht nicht Ja, wahrscheinlich Rechnen manche Leute Gar nicht damit Dass man in der Crew ist Oder so Glaube ich auch, ja Die denken einfach Okay Hm Ja, spielen halt ein bisschen Aber Oh, Laserschwert Ich wollte schon sagen Ja, stimmt Da war doch was Alter Oh, hier ist ein Radar Irgendwas Irgendwann auf der Strecke Okay Oh, das ist hinter uns Hä? Achso, das ist wahrscheinlich Unter der Brücke Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, einfach mal runterfahren Ja, geht doch nicht Ja, am Anfang der Brücke Hätt ich das machen müssen Ja, toll Woher sollte ich denn das missen? Ja, ist doch egal Mein Gott Seid ihr runtergefahren, ne? Ich ja Ich weiß nicht Irgendwie fährt der gerade zu langsam Kein Sprit mehr Ja, du nimmst ja auch die ganze Zeit nie, oder? Nö Ja, doch teilweise Dafür hat man's doch da Ich nehme es weise und bewusst Weise, ey Alter, das spricht ein 19-Jähriger Huch Gab mal drei Haare am Sack, ey Hallo, illegale Straßenrenze Mein Hobby, ja Jo, mit deinem Twingo Ja, geil, ey Schauen wir richtig geil vor, ey Weißt du, so ganz dicke Karren überall Ja, oder auf einmal hört man dann Ja Mit seinem So Ich hab das zu nicht Zeit bekommen Ah, cool Baum Und Totalschaden Baum Baum fällt Boop Ich muss ja sagen Der blöde Der blöde Zaun An der Seite So ein Holzzaun Der macht Der bremst einen so stark aus Hallo, ich muss mal hier auf die Fahrbahn Alter Deshalb darf man nicht in Kurven überholen Deshalb darf man in Kurven nicht überholen Ja, wenn da Oh, nee, Mission Kein Bock Das ist so geil, Finn Ey, fährst du gegen den Baum Wirst du ab und zu Wie so ein Flummi Wirst du einfach weggeschleudert Willst du mich jetzt hier verarschen? Nee, schon wieder Da wollte ich jetzt eine ganze Zeit zurückfahren Echt? Ja Boah, vielleicht Warte GPS ist richtig aktualisiert Ich glaub, der Ruby findet sich cool Wenn er bei der Polizei Meist gesucht steht Und dann er kommt Dann denken alle im Spiel Oh Bestimmt so ein kleines Kitty Ja So, ich bin beim Auftrag Und ich würde sagen Ich glaub, die 20 Minuten sind noch rum, ne? Glauben nicht Ich guck einmal bei mir Straßenspille Ja, die müssten jetzt rum sein Genau, dann würden wir sagen Oder dann warten wir auf Mordi kurz Nö, nö Wir machen jetzt hier Folgenpäuschen Genau Ich fahr jetzt dann in der nächsten Folge gleich zu euch hin Und dann machen wir das Rennen weiter Genau Dann sehen wir uns morgen wieder Auf Wiedersehen Tschüüss Tschü